Geschätzte Kundschaft, bitte beachten Sie beim Einkaufen folgende Regeln. Vor der Filiale, der Einlass erfolgt im Tröpfchensystem, halten Sie beim Anstehen 2 Meter Abstand. In der Filiale stets 2 Meter Abstand zum Mitmenschen halten. Vor der Kasse auch hier 2 Meter Abstand. An der Kasse bitte bleiben Sie hinter der Plexiglasscheibe. Beim Bezahlen mit Karte am besten kontaktlos. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihren Einkauf.